Tut mir echt leid. Gib das her! Kann ich was zu essen haben? Nein. Kann ich was zu essen haben? Nein. Kann ich was zu essen haben? Nein. Kannst du auch was anderes außer Nein sagen? Frag doch einfach nochmal. Kann ich etwas zu essen haben? Nein. Adios, alles in Ordnung.